Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht noch ein paar kleine Hinweise. Falls du noch bei der Kakao Zeremonie teilnehmen möchtest am 24.11., dann melde dich bitte gleich an. Unten in der Infobox sind alle Details dazu, weil es sind nur noch zwei Plätze frei. Also wenn du noch einen davon ergattern möchtest, dann musst du. Ich will hier keinen Druck ausüben, aber dann musst du in dem Fall wirklich schnell sein. Ansonsten, wenn du ein persönliches Orakel haben möchtest, gibt es insbesondere ein persönliches Jahresorakel 2024, dann findest du das in meinem Etsy-Shop, der auch unten in der Infobox verlinkt ist. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte mich energetisch besser kennenlernen und möchte schauen, welche Potenziale ich da mitgebracht habe in dieses Leben, dann ist vielleicht ein Human Design Reading genau das Richtige für dich. Auch da findest du alle Readingarten, die ich aktuell beim Thema Human Design anbiete, unten in der Infobox mit dem Buchungslink gleich dazu, sodass du dir hier wirklich gleich deinen eigenen Termin bei mir buchen kannst. Achtung, das Basis-Reading gibt es nur noch bis Ende des Jahres. Das werde ich im nächsten Jahr nicht mehr anbieten. Und weil wir in der Vorweihnachtszeit sind, alle meine Human Design Readings gibt es selbstverständlich auch als Gutschein. Also wenn du eins gerne verschenken möchtest, das ist immer ein sehr gern gesehenes Geschenk, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail und ich stelle dir einen Gutschein aus. So, und last but not least, wenn du meinen Zweitkanal noch nicht entdeckt hast, auch der ist unten in der Infobox verlinkt. Ich bin mir sicher, dass du auch da auf der Suche nach Inspiration fündig wirst. Dort gibt es ganz viele Mitmach-Videos, Videos zum Thema Coaching, Spiritualität. Ja, schau einfach da mal vorbei, würde mich freuen. So, jetzt haben wir zu diesem Video und es geht hier in diesem Video darum, welches Glück dich im kommenden Jahr 2024 erwartet. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein positives Orakel, wo teilweise die Energien ein bisschen chaotisch gerade sind. Fokussieren wir uns einfach auf die glücksbringende oder glückliche Seite des Lebens. Und wir haben dazu vier Stapel. Wir haben mit Stapel 1 diesen Obsidian. Dann haben wir Stapel 2, dieser Mondstein. Stapel 3, dieser Achat. Und Stapel 4, die Apatchen-Trainer. Wähl einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schau unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die dich zu deinem Stapel führt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Los geht's! So, und wir starten mit dir, mein lieber Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Obsidian gewählt haben. Wir schauen in dein Glück für das kommende Jahr. Du hast die 3 der Stäbe. Dann nehmen wir mal die Tealief-Karte. Du hast Cain, also den Stock. Pay attention to your health. Also hier geht es um deine Gesundheit auch. Legen wir mal da oben hin. Dann hast du die Königin der Erde. Nimm dir Zeit für die Menschen deiner Umgebung. Sei sensibel, reagiere auf Herausforderungen freundlich und verständnisvoll. Sehr schön. Dann haben wir den Balanceakt. Öffne dich für die betörende Schönheit in dir. Wow, ist das schön. Da siehst du den Kopf von dem Herrn hier auch. Den legen wir hier rüber. Der Rest der Karten kommt unten drunter. Höre hin, bringe deinen Geist zur Ruhe, geliebtes Wesen und lausche auf unsere sanfte Versicherung, dass für alles gesorgt ist. Bleib innerlich ruhig und empfänglich, ohne dir Sorgen zu machen, auf welche Weise sich dein Wunsch manifestieren wird. Ein ruhiger Geist und ein entspannter Körper helfen dir, uns leicht und klar zu hören. Dies ist unsere Bitte an dich. Höre hin. Wow. Dann hast du den Herbst mit Lass das Alte los und Ruhe aus. Die Initierung mit Tor 51 aus dem Human Design. Lass nicht so, dass durch unerwartete Ereignisse deine Verbindung zu deiner Bestimmung und zur Quelle gestört wird. Lerne deine Power und deine eigene Geschichte zum einen für deine Manifestationen zu nutzen und zum anderen auch Menschen zu helfen, ihren Platz zu finden und ihren Lebensplan zu leben. Wow. Und die Erdung. Oh, so spannend. Es passt so gut rein. Go deep, explore your roots. Also hier, geh wirklich in deine Wurzeln rein. Lass deine Wurzeln sprießen, sagen sie auch gerade so. So eine schöne Energie. Also das ist echt, ich hoffe, du fühlst das auch. Das ist so eine entspannte, geerdete Energie hier. Also dein größter Gewinn ist hier tatsächlich energetisch und dein größtes Glück, weil du total bei dir sein wirst im nächsten Jahr. Du wirst komplett in Balance sein. Du wirst in dir stehen. Ich kriege auch diese, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du wirst dich ganz anders anfühlen für dich selber. Du wirst dich anders spüren können im nächsten Jahr. Du wirst, vielleicht ist das auch, weil hier haben wir die Gesundheit und hier auch nochmal, ist ja auch der Körper nochmal angesprochen. Und das kann hier wirklich sein, dass du nächstes Jahr im Vergleich zu diesem Jahr richtig stark geerdet bist. Dass du dich richtig angekommen fühlst. Dass du, ja so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein richtig genährtes Gefühl im Körper hast. Dieses, kennt ihr dieses Gefühl? Ich versuche es mal zu beschreiben. Wenn du einen Tag lang Wellness gemacht hast und hattest Massagen, also wenn dir das liegt, natürlich, wenn das nichts für dich ist, dann denkt ihr jetzt was anderes, ja. Und dann tust du deinem Körper was Gutes und dann isst du einfach noch eine Mahlzeit, die dich nährt von innen heraus. Und dann fühlt man sich am Ende dieses Tages einfach so total genährt und abgeholt. Und genau das ist dieses Gefühl, was ich bei dir kriege, ja, fürs nächste Jahr. Dieses bei dir sein, ja. Und dadurch wird dein Leben auch ruhiger sein, weil du in der Ruhe bist, ja. Also dein Leben wird nächstes Jahr total beständig und gemächlich sein, ja. Dieses Gefühl von, es ist keine Überforderung da. Vielleicht warst du in diesem Jahr energetisch oder auch körperlich, kann auch physische Themen sein, hier oft überfordert, ja. Hat das Gefühl, oh Gott, wo kommt jetzt dieses Symptom her oder was ist jetzt das, warum habe ich jetzt das und das. Und das darf jetzt gehen im Nächsten, ja, ja. Hier haben wir auch nochmal, lass das Alte los, ja. Du hast deine Themen in Bezug auf deinen Körper gelernt, ja. Und du, das ist so spannend, weil ich dieses Schiff sehe und ich sehe dieses Schiff. Normalerweise bedeutet die drei der Stäbe wirklich hier so Planung, in eine bessere Zukunft zu segeln und so. Aber bei dir sehe ich wirklich dieses, du weißt jetzt, wie du dieses Schiff deinen Körper handeln sollst, wie du den führen kannst, ja. Was der braucht, ja. Du hast zu dir selber gefunden, du spürst dich ganz anders. Und das Spannende ist, und das ist wirklich immer so, und das kriege ich hier mit der Initierung und höre hin rein. Wenn wir geerdet und ruhig in unserem Körper sind, wenn unser Körper eine Grundstabilität hat, wenn wir nicht dysreguliert sind im Nervensystem und von A nach B hechten, ja. Wenn wir ständig im Stressmodus sind, dann ist unser Körper natürlich auch in diesem Überlebensmodus und dann wird es uns schwerfallen, ja, auf unsere vollen Kapazitäten zuzugreifen. Weil wir im Endeffekt, Überleben bedeutet für unseren Körper, ich muss jetzt kämpfen, ich muss davonlaufen oder ich muss mich totstellen. Und mehr als diese drei Sachen gibt es dann auch nicht in solchen Momenten. Und deswegen ist das so eine glorreiche Zeit, will ich fast sagen, ja, weil du so bei dir bist und dein Körper auch so ruhig ist. Und weil alles in deinem System so ruhig ist, nimmst du auch die Botschaften deiner Seele, deiner Geistführer ganz anders wahr. Du wirst sofort merken, wenn sie mit dir reden. Und das ist ja so, dass diese Kommunikation aus der geistigen Welt ist ja immer mit uns, ja. Also die findet konstant statt. Wir hören sie nur meistens dann erst, wenn sie richtig laut wird. Und dafür spricht auch die 51, ja. Vielleicht hast du vorher in deinem Leben diese Stimme nur wahrgenommen, wenn sie dich schon angeschrien hat, ja. Wenn sie dir, das ist auch das Tor des Schocks im Human Design, ja. Wenn irgendwas passiert ist, wo du nicht mehr anders konntest, ja. Wenn du, ich nehme immer diesen Satz, wenn du den Stuhl ins Gesicht kriegst vom Leben, ja. Und du nicht mehr anders kannst, wenn du es nicht mehr ignorieren kannst. Und weil du aber jetzt so ruhig bist und so in dir bist im Nächsten, ja, wirst du die Kommunikation schon viel früher einfach wahrnehmen. Du wirst sie, ich will fast sagen, fast ständig im Austausch sein mit der geistigen Welt. Und das wiederum wird dir noch mehr Sicherheit geben in deinen Weg, in das, was du hier machst in diesem Leben. Also das ist so, so ein schönes, das ist wie so ein Spa-Gefühl, wirklich. Ich komme immer wieder zurück auf diese Wellness, ja. Das ist, wenn der Körper einfach total im Reinen ist. Und wir ignorieren den Körper leider, leider sehr, sehr oft. Und der Körper kann uns bei unserer Manifestation sehr stark im Weg stehen oder er kann uns sehr stark unterstützen dabei, je nachdem, was wir damit machen. Deswegen nutze ich bei Manifestationsübungen, das machen wir auch bei der Kakao-Zeremonie im November, ich nutze immer auch somatische Übungen. Also ich nehme immer den Körper auch mit, weil ohne den Körper kommen wir nicht weiter in dieser 3D-Welt, ja. Wir müssen ihn einfach mitnehmen. Und deswegen ist es halt so viel wert, wenn wir im Einklang mit den Bedürfnissen des Körpers leben, ja. Wenn wir ihn verstehen, wenn wir ihn nähren, wenn wir uns selbst an erster Stelle stellen. Und das ist im Übrigen, war das bei mir ein Riesenpunkt beim Thema Fülle, das ich lösen durfte, ist, dass ich ständig in meiner Vergangenheit irgendwelche Mängelzustände in meinem Körper hatte. Ich hatte immer irgendeinen Vitaminmangel, einen Proteinmangel, irgendwas anderes, ja, weil ich mich einfach nicht gut um meinen Körper gekümmert habe. Und wenn der Körper im Mangel ist, ist es sehr, sehr schwer, erstens Fülle im Leben zu manifestieren und zweitens Fülle auch zu fühlen. Weil wo fühlen wir denn die Fülle im Körper? Da spüren wir, ja. Und wenn ich aber hier einen Mangel habe, ja, dann werde ich hier Probleme haben, in irgendeinen tollen Zustand zu kommen, ja. Und das sehe ich bei dir aber ganz, ganz stark im Nächsten. Also da darfst du dich wirklich darauf freuen. Das ist echt ein Wellnessjahr. Das ist eine Oase, das nächste Jahr für dich, wo du wirklich bei dir angekommen bist, komplett in der Balance bist, ja. Und auch richtig, ich kriege so eine vitale Energie bei dir. Richtig, richtig schön. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer zwei für alle, die diesen Mondstein gewählt haben. Wir schauen in dein Glück fürs nächste Jahr. Du hast die Herrscherin. Wow. Das Feuer mit Strong Emotion, Passionate Love or Hate. Also hier geht's um die Passion, um starke Emotionen. Wow. Die vier des Feuers. Nochmal Feuer. Zufriedenheit, Frieden, Fülle, ein glückliches Zuhause und der erfolgreiche Abschluss eines Projekts. Sehr, sehr schön. Der Wunschbrunnen. Oh. Dürft ihr euch da was wünschen im nächsten Jahr? Wow, das ist eine schöne Karte. Die hat die noch gar nicht. Eine Fähigkeit in dir erwacht, zum Wohle aller Wesen. Sei bereit. Ist das schön. Schau mal hier auch mit den Händen. Also heilst du mit den Händen nächstes Jahr oder spannend? Sehr schön. Richte deinen Fokus auf Dienen. Der größte Wunsch deiner Seele ist es, voller Begeisterung zu dienen und in einem ständigen Fluss ekstatischer Freude zu schwimmen. Dieser Fluss gibt dir kontinuierlich alles, was du brauchst. Richte deinen Fokus darauf, in jeder Situation und in allem, was du tust, in diesem Strom des Gebens und Nehmens zu bleiben. Wow. Okay. Der Hirsch. Vertrau und Gedeie. Aha. Da erblüht jemand das nächste Jahr. Die Meisterschaft mit Uhr 58. Freude ist eine Kraft, die dich gut lernen lässt. Sie ist der Antrieb, dein volles Potenzial zu leben. Halte sie nicht zurück, ansonsten sabotierst du dein gesamtes Potenzial. Wow. Ist das eine schöne Energie. Rainbow Blessings. Die Regenbogensegnungen. Segnungen. Showering. Wie sagt man denn da? Strömen in dein Leben. Wie wird es so weit strömen? Spannend. Ist das schön. Ist das eine schöne Energie. Wow. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir. Ich kriege hier wirklich so diese Ekstase. Ich glaube, ich trifft es von allen Wörtern, die ich jetzt vorgelesen habe. Am besten diese, du bist wie elektrisiert im nächsten Jahr. Total on fire. Ja, da gibt es ein Thema, das entweder kündigt sich das jetzt schon an bei dir oder das kommt im nächsten Jahr, wo du merkst, ich kann das. Da habe ich eine Gabe. Ich habe ein Talent entdeckt. Und ich kriege da hier wirklich, das ist eine spirituelle Gabe hier, die du hast. Irgendwas, ich habe es ja eh schon gesagt, mit den Händen zu heilen, Energie weiterzugeben, Energieübertragung, was auch immer. Aber hier erwacht definitiv etwas zum Leben. Und du kommst hier wirklich in deine volle, ich will nicht sagen Größe, in deine volle Pracht nächstes Jahr. Also die Herrscherin ist ja auch eine unfassbar fruchtbare Energie, die alles um sich herum zum Erblühen bringt. Und genau das hatten wir ja bei dir schon, dass du von der Energie her einfach so ein Level erreichst im nächsten Jahr, dass alles um dich herum zu strahlen anfängt, weil du einfach so strahlst. Weil das einfach, sie sagen gerade, der Funke überspringt auf andere. Ist ja klar, wenn du so im Strom bist, wenn du so unter Strom stehst. Das ist bitte nicht negativ gemeint mit Unterstrom, sondern es ist total positiv. Und dadurch kommen total viele Segnungen, weil du natürlich in diesem Zustand ein extremer Magnet bist für alles, was du haben möchtest. Und das wird dich noch mehr in die Freude bringen, je mehr du hier in deiner neuen Gabe gedeihst, je mehr du hier aufgehst in deiner Gabe und je mehr du lernst, sie für dich einzusetzen und auch zu sehen, was du dir damit alles erschaffen kannst. Also du hast hier wirklich, du hast einen Wunschbrunnen hier stehen im nächsten Jahr, wo du dir was wünschen darfst. Und das ist, sie sagen, das ist so lustig, das ist kein einmaliger Wunschbrunnen, sondern der steht da und da darfst du immer hingehen und dir etwas wünschen. Und das kommt dann auch sofort, weil hier haben wir noch den Wunsch, also die Manifestation und hier haben wir schon die Segnungen, die kommen. Hier ist schon die Wunscherfüllung, wenn man so will. Und das wirst du sofort in dein Leben ziehen. Das sind wunderschöne Karten, ja. Vielleicht schließt du auch ein Projekt ab, vielleicht verfeinerst du gerade eine Fähigkeit oder irgendwas und du lernst was oder du bildest dich weiter in einem Bereich, ja. Das dich total interessiert, wo du merkst, das ist total meins, genau meins, dieses Thema. Und damit wirst du der Welt und sie sagen auch deinem Umfeld gerade auch sehr, sehr stark dienen können, ja. Weil du einfach, und das ist ja immer so, wenn wir eine hohe Energie halten können, ja, dann wirken wir damit auf die Erde ein, ja, auf das Magnetfeld der Erde. Wir wirken auf andere Menschen ein. Genauso wie es ist, wenn ein gestresster Mensch in unser Energiefeld kommt, der ein dysreguliertes Nervensystem hat, ja, und wir daneben sitzen und plötzlich anfangen zu keuchen und in Stress zu verfallen und wir wissen gar nicht, warum das so ist, ja. Dann ist das genauso, wenn jemand einfach in einer sehr, sehr guten Energie ist, ja. Erinnere dich mal dran in deinem Leben, wie viele Menschen du kennst oder hast, wo du sagst, wenn ich mit denen zusammen bin und eine Stunde mit denen habe, geht es mir besser danach, ja. Und genau so eine Person wirst du im nächsten Jahr noch mehr werden, ich will nicht sagen sein, weil das bist du schon, ja, aber noch mehr werden, du wirst es noch mehr für dich erkennen können, ja. Das ist etwas, was sowieso in dir verandagt ist, also mit dem bist du in diese Welt gekommen. Aber oft, wenn wir uns dieser Talente und Gaben nicht bewusst sind und wenn wir sie nicht verfeinern, wenn wir darauf nicht zugehen, ja, dann bringt ein Talent gar nichts, weil dann wirst du es zwar merken, dass irgendwas in deinem Energiefeld anders ist als bei anderen manchmal, ja. Du wirst vielleicht manchmal das Feedback bekommen, aber du wirst auf diese Gabe nicht aktiv zugreifen können. Es wird immer so ein bisschen diese Zufälligkeit haben, ja. Und so ging es mir damals auch. Also bei mir war es so, ich war als Kind sehr, sehr hellsichtig. Meine Kanäle waren sehr stark offen und ich habe die dann abgedreht. Und das Spannende ist, dass ich die Karten gebraucht habe, mittlerweile nicht mehr so stark, aber ich habe die Karten gebraucht als Stütze, damit sich mein Kanal öffnet. So durfte ich das trainieren, ja. Und das war am Anfang noch so, okay, das darf der Körper dann noch lernen und das System, ja, das Karte dann bedeutet Kanal offen und was da zu passieren hat dann in dem Moment und mittlerweile passiert das automatisch, ja. Also ich könnte keine Karten mehr in die Hand nehmen, ohne dass ich irgendwie Botschaften rennen bekomme sofort. Und genauso sehe ich das bei dir auch. Du hast hier eine Fähigkeit einfach erkannt, ich will nicht sagen perfektioniert, erkannt, ja. Und weil du sie erkannt hast, wirst du sie auch bewusster einsetzen und nutzen können. Und wenn wir das können, können wir damit natürlich auch dienen, ja. Weil es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich channel dreimal im Jahr, zufällig, ja. Dann kann ich keinen Termin mit jemandem machen, weil ich nicht weiß, ob ich dann dort channelen kann oder nicht, weil ich nicht weiß, wie ich Zugriff bekomme auf diese Gabe, ja. Wenn es eher immer so zufällig ist. Und deswegen sehe ich bei dir hier schon so ein Level der Meisterschaft im nächsten Jahr, das du hier erreicht hast und das dir hier auch auf der persönlichen Ebene sehr, sehr viel ermöglichen wird, ja. Gerade beim Thema Wünsche und Co. Hier wird dir einfach sehr, sehr viel ermöglicht werden, ja. Du wirst hier auch sehr viel für dich selber erschaffen können, nicht nur für andere. Und das ist auch wichtig, sagen sie, ja. Also es geht hier, dein Glück steht hier an allererster Stelle, dass du in dieser Energie bleiben kannst. Und je mehr du in dieser Energie dich festigen kannst, desto mehr kannst du natürlich auch anderen dienen dann. Deswegen musst du hier dich selber zur Priorität machen, ja. Und deine eigene Energie, damit du dann auch entsprechend anderen dienen kannst, aus diesem Energiefeld heraus. Wow. Sehr schöne Karten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt bin ich richtig aufgeladen für den Tag. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin. Alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3. Für alle, die diesen nach hart gewählt haben. Du passt voll gut zur Karte dazu. Sehr violett. Wir schauen in dein Glück fürs kommende Jahr. Du hast die Liebenden. Da fängt es ja schon mal sehr romantisch an. Dann hast du die Hängematte. Taking a vacation physically and mentally, also Urlaub, Erholung, Reisen, die Seele baumeln lassen. Passe der Erde, gute Nachrichten in finanziellen Dingen, auf eine anspruchsvollere Tätigkeit warten und ein neues Studium beginnen. Dann haben wir im Mondschein. Ist auch wieder so eine, oh, das ist eine total romantische Energie. Dann lebe die Leichtigkeit und verstehe, dass sie der neutrale Moment zwischen Lachen und Weinen ist. Wow. Lass deine Vergangenheit los. Die Last deiner Vergangenheit, die du mit dir herumtrickst, hat dich müde gemacht, liebes Wesen. Der Moment ist gekommen, diese Last abzulegen. Behalte nur die guten Lektionen und die Liebe und lass alles andere hinter dir. Du willst es nicht und du brauchst es nicht und jetzt ist es von dir genommen. Wow. Dann hast du die Tierhüter mit Vertrau deinen Instinkten. Alleinsein mit Tor 40. Lerne dich zurückzuziehen, um dich zu erholen und deine inneren Ressourcen wieder aufzuladen. Übernimm die Verantwortung und erkenne die Power, die hinter Selfcare steht. Wenn du selbst aufgeladen bist, hast du viel mehr zu geben. Wow. Crossing Bridges. It's time for healing, connecting, mending and releasing. Also es ist Zeit zu heilen, Brücken zu schlagen, sich zu verbinden, Dinge loszulassen. Also bei dir geht es ganz stark um das Thema loslassen. Und das ist ein Prozess, der bei dir schon länger im Gange ist, sagen sie. Und da wirst du nächstes Jahr, sie zeigen mir gerade, wie bei dir wirklich so ein riesengroßer Rucksack abgenommen wird im nächsten Jahr. So ein Rucksack, den du vielleicht dein Leben lang schon rumschleppst. Ja, und der dich sehr stark behindert hat, auch am Vorwärtsgehen, ist ja logisch, wenn ich so einen riesen Rucksack habe. Und für die einen oder anderen, das ist jetzt nicht für alle, aber für die einen oder anderen ist es so. So, jetzt kam gerade der Postbote. Das ist echt. Ich bin hier die Paketannahmestelle bei uns im Haus. Bin der Einzige, die zu Hause ist und von zu Hause aus arbeitet. So, jetzt aber. Also bei dir wird wirklich sehr, sehr viel abgenommen. Ein riesen Rucksack. Und was ich sagen wollte ist, das mag jetzt nicht für alle zutreffen, aber für den einen oder anderen. Es kann auch sein, dass du dadurch Gewicht verlierst. Dass du dadurch Gewicht verlierst, dass du, dass vielleicht hartnäckig war die letzten Zeiten, die letzten Jahre, ja, dass jetzt endlich von dir genommen wird, dass du da in eine neue Leichtigkeit kommst. Und dadurch erwacht bei dir Leichtigkeit, Liebe zum Leben. Dieses, du wirst wieder beweglicher auch sein, ja. Diese Schwere kommt weg von dir, ja. Du wirst einfach wieder ganz anders bei dir auch ankommen, ja. Ja, also das ist wirklich eine Heilungsreise, die schon sehr lange im Gange ist, auch bei dir, die jetzt beendet wird. Und du darfst hier im nächsten Jahr auch dich immer wieder erholen, dir schöne Momente gönnen, sagen sie auch, ja. Das kann mit deinen Liebsten sein, ja. Das kann aber auch mit dir alleine sein. Vergiss nicht, diesen Ausgleich auch zu schaffen zwischen, wie viel Zeit verbringe ich mit anderen und wie viel Zeit bin ich mit mir alleine. Auch das ist immer sehr, sehr wichtig, ja. Und hier einfach auch mal die Seele baumeln zu lassen. Gerade wenn wir so viel geheilt haben, brauchen wir oft einfach eine Pause, um uns in unserem neuen Energiefeld wieder zurechtzufinden, ja, um wieder zu schauen, hey, das fühlt sich jetzt alles irgendwie anders an als vorher. Und da darf man erst mal energetisch nach links und rechts schauen und mal schauen, was jetzt hier anders ist, wie viel beweglicher man ist und was jetzt möglich ist, weil man diesen Rucksack nicht mehr rumschleppt, ja. Es kann ja auch für den einen oder anderen sein, dass hier ein Rucksack an Schulden, weil wir hier den Pagen der Erde haben, das spricht oft für materielle Dinge, dass hier Schulden beglichen werden, ja. Gerne im finanziellen Bereich, wo du sagst, hey, das wollte ich zurückzahlen, das ist jetzt weg und das lastet nicht mehr auf dir, ja. Du kommst ins Plus, du bist nicht mehr im Minus, ja. Dadurch ist auch mehr möglich, ja. Du wirst natürlich dann auch wendiger sein, was deine Ressourcen angeht. Du wirst dir selber mehr ermöglichen können. Vielleicht ist auch wirklich so, dass du sagst, hey, ich gönne mir im nächsten Jahr eine Reise. Vielleicht kommt hier auch, wenn es nicht Schulden sind, vielleicht kommt hier auch, du willst schon ewig eine Reise machen und nächstes Jahr kommt endlich der Betrag, den du brauchst, um diese Reise zu machen. Oder du verdienst mehr Geld und hast die Möglichkeit, ein bisschen kürzer zu treten, ja. Du kannst dich mehr erholen, du kannst mehr Zeit für dich einfach integrieren, du kannst mehr für dich auch sein, mehr für dich alleine sein, dich mehr um dich auch zu kümmern, ja. Und hier noch sehr, sehr gut zu dir zu sein im nächsten Jahr, ja. Stellt euch das ein bisschen so vor, wie wenn man einfach sehr viel geheilt hat körperlich, stellt euch vor, wie wenn man eine OP hatte, ja. Und es wurde was abgenommen und es wurde etwas repariert am Körper und es braucht einfach eine Heilungszeit, ja. Und in dieser Heilungszeit, die darf man sich einfach sehr, sehr angenehm gestalten, die darf man sich sehr leicht gestalten, ja. Vielleicht magst du dich auch nächstes Jahr, ich sehe hier ganz viele Tiere bei dir, ja. Das können hier Krafttiere sein, das kann aber tatsächlich auch Tiere im physischen Bereich sein. Vielleicht kommt nächstes Jahr ein Tier in dein Leben, ja. Wo du sagst, hey, das ist ein Wegbegleiter für mich, ja. Das ist wie ein Seelengefährte, der jetzt in mein Leben kommt. Ich sehe ganz, ganz viele Tiere. Du bist auch, sagen Sie gerade, du bist sehr anziehend für Tiere. Vielleicht merkst du das auch in deinem Leben, dass Tiere sich sehr stark zu dir hingezogen fühlen oder dass du halt, ja, dass sie in deiner Nähe sein wollen. Auch das ist möglich. Aber hier, ich sehe dich halt sehr, sehr, das ist sehr hütende Energie, eine sehr sanfte Energie auch, ja. Die ist im Nix, ne, sie sind nochmal einen Ticken sanfter als sonst, ja. Und hier auch, du wirst, also vielleicht stehst du an dieser Brücke schon länger, ja. Auch das ist eine Botschaft, die ich reinbekomme. Und du wusstest nicht, wie du da drüber gehen sollst. Weil klar, wenn ich so einen Rucksack mit mir rumschleppe, dann überlege ich mir jeden Schritt zehnmal, weil es schwer ist, ja, weil es wehtut, weil, ja, weil ich es vielleicht nicht schaffe, weil ich Pausen machen muss, was auch immer, ja. Und gleichzeitig, wenn dieser Rucksack abgenommen wird, wirst du sehen, hey, ich komme jetzt mit Leichtigkeit auf die andere Seite rüber. Und es ist hier auch so ein Wechsel drin im Sinne von ein Jobwechsel, ja, dass du vielleicht irgendwo anders hingehst, dass du etwas auch hinter dir lässt in der physischen Welt, ja, dass sich dir ein neuer Job bietet, dass du eine neue Tätigkeit annimmst, dass du ein neues Studium beginnst. Und also bei diesem Stapel ist es wirklich so, ich kann es gar nicht konkret sagen, was sich daraus ergibt, weil das für jeden anders ist, dieses Glück. Aber das Glück ist auf jeden Fall schon mal, dass hier eine Riesenlast von dir abfällt, ja, und das mag für jeden eine andere Last sein. Und je nachdem, was da abfällt von dir und was gerade ansteht in deinem Lebensbereich, wird sich ein Neubeginn dadurch ergeben. Und das ist für jeden etwas anderes, ja, das kann für den einen ein finanzieller Neubeginn sein, für den anderen ein beruflicher Neubeginn und der nächste startet ein neues Projekt oder eine Ausbildung, ja. Also hier ist tatsächlich, sie lassen es sehr, sehr offen, weil sie sagen, dass da ergeben sich dann für jeden neue Wege. Aber das, was ihr in der Basis alle gemeinsam habt, ist dieses Ablegen des Rucksackes, ja, der jetzt endlich gehen darf, den ihr jetzt endlich loslassen dürft. Wow. Sehr, sehr schön. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gern Däumchen hoch da. Aber vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. So, und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4. Für alle, die diese Apachen-Träne gewählt haben, wir schauen in dein Glück fürs kommende Jahr. Ja, du hast die drei der Münzen, die kriege ich gerade so oft, diese Karte. Der Hund, Advice for my friend, also ein Rat von einem Freund. Spannend. Die Zehn des Vorjahres, zu viel Arbeit, nimm Hilfe von anderen an. Das Leben ist aus dem Gleichgewicht, Stress gefährdet deine Gesundheit. Schauen wir mal in die nächste Reihe rein. Der Tiefpunkt. Bitte nicht erschrecken, wir haben ein Glücks-Reading, wir haben ein positives Reading. Das heißt, das braucht dich nicht zu erschrecken. Finde dein Gleichgewicht. Bringe alles in dir und um dich herum in Balance. Wow. Vergebung. Diese Situation bietet dir die Gelegenheit zu heilen, zu wachsen und negative Muster abzulegen. Halte die Intention aufrecht, das innere göttliche Licht und das Gute im Herzen der anderen Person zu sehen. Wir werden dir helfen, Gedanken, Gefühle und Energien loszulassen, die es dir bisher unmöglich gemacht haben, dem anderen zu vergeben. Und werden dich auf eine höhere Ebene von Frieden und Mitgefühl erheben. Wow. Großer Lehrer, lerne aus spirituellen Erfahrungen. Der Frieden mit Thor 37 aus dem Human Design. Finde inneren Frieden. Triff friedvolle Entscheidungen, egal was um dich herum passiert. Innere Frieden entsteht nicht durch die Kontrolle der äußeren Welt. Durch deinen Frieden im Inneren erschaffst du Frieden im Außen. Dann schau dir das mal an, wie gut das zur vorherigen Karte passt. Dieses Loslassen. Dieses in Frieden Frieden finden. Vast Vistas. Expand your horizon. Also erweitere deine Horizonte. So. Also bei dir ist so eine Energie des Durchatmens, des Aufatmens, des in den Frieden kommen. Ich sehe bei dir hier schon jemanden, der auf dich zukommt. Ja, vielleicht ein Thema, wo du merkst, mit dieser Person bin ich irgendwie, der passt nicht so wirklich. Oder da gab es eine Geschichte, die nicht so schön ist. Und hier sehe ich aber die positive Lösung. Ja, dieses Friedensschließen mit einer Geschichte, die dich sehr lange sehr stark belastet hat. Ja, und das kann sein für den einen oder anderen, dass das wieder was wird. Ja, dass man sagt, man findet wieder irgendwie einen Weg zusammen. Man versucht, eine neue Verbindung einzugehen. Also hier wirklich nicht auf der alten aufzubauen. Das ist ja auch wichtig. Ja, und gleichzeitig kann es aber auch für manche sein, dass es einfach mit der Person nicht mehr zu klären ist, sondern dass man in sich selber diese Klärung, diese Heilung erreicht. Und damit dieses Thema, was man so lange so festgehalten hat, einfach loslassen kann. Und hier kann es auch sein für den einen oder anderen, dass ein Mentor reinkommt, ein Lehrer, weil wir den Hund auch drüber haben. Jemand, der dich unterstützt, weil wir auch die drei der Münzen haben. Der dich weiterbringt in deinen Dingen. Der dir zeigt, der dir, immer beide, alle Geschlechter. Der dich vorwärtsbringt in deinem Leben, wo du merkst, das ist das fehlende Puzzle. Der ergänzt mich auf eine Art und Weise, sodass es eine perfekte Symphonie wird bei uns, wenn man so will. Ich sehe hier auch, dass hier viel Arbeit abgenommen wird, dass hier viel Unterstützung auf dich wartet im Nächsten. Ja, dass du hier wirklich zurückfinden darfst zur Balance, dass du nicht immer alles alleine machen musst, dass du endlich siehst, dass sehr, sehr viel Unterstützung auf dem Weg zu dir ist, dass du sie auch annehmen darfst und sollst, damit du einfach wieder in dein Gleichgewicht zurückfindest und damit du auch wieder, und jetzt kommt das rein, damit du auch wieder Kapazitäten für neue Dinge hast in deinem Leben. Und sie sagen gerade, du bist mit so vielen Dingen in deinem Leben beschäftigt, die dir de facto keinen Spaß machen oder keinen Spaß mehr machen. Und dadurch fühlst du dich auch so ausgelaugt. Das ist ja immer so, wenn wir Dinge machen, wo wir sagen, das ist mühsam für uns oder da müssen wir uns richtig durchbeißen, weil uns das eigentlich gar keinen Spaß macht. Naja, dann ist das halt einfach etwas, was uns nochmal mehr Energie kostet, als wenn wir was tun würden, was uns richtig Freude bereitet, wo wir noch Energie generieren können. Je nachdem, welcher Energietyp du bist, du wie immer ein Designer. Aber es geht hier wirklich darum, dass du wieder Kapazitäten hast, auch für Dinge, die dir Freude bereiten. Ja, dass du mal wieder siehst, welche Möglichkeiten du noch hast in deinem Leben, was du noch alles erreichen kannst. Und ich kriege hier bei dir diese Energie von, wie so im Hamsterrad zu sein, so immer mit Dingen beschäftigt zu sein, die dich nicht wirklich weiterbringen, aber die dich trotzdem so beschäftigen, dass du für nichts anderes Zeit hast und Energie. Und da wird dir sehr, sehr viel abgenommen im nächsten Jahr. Und das kann für jeden anders sein. Das kann jetzt ein Beispiel sein. Du arbeitest irgendwo und kriegst Unterstützung. Es wird eine zweite Stelle frei. Oder es kommt eine neue Kollegin, die mehr arbeitet als die Alte. Und du merkst plötzlich, wow, ich habe Kapazitäten und Ressourcen. Oder, dass du merkst, hey, meine Kinder sind nicht alt genug und können dem Haushalt helfen. Ich muss nicht mehr alles alleine machen. Wir teilen uns den Haushalt auf. Da freue ich mich schon auf den Zeitpunkt. Da muss ich jetzt meine persönliche Note mit reinschmeißen. Das ist jetzt nur ein bisschen zu klein bei mir. Aber solche Sachen halt einfach. Dass man mit anderen kooperiert und dass man die Last abgibt. Nicht abgibt, aber aufteilt. Sodass du nicht nur mit Dingen beschäftigt bist, die dir am Ende des Tages auch nichts bringen. Und die dich wirklich so ausgelaugt fühlen lassen. Ich habe bei dir wirklich dieses Gefühl von, du bist energetisch total ausgelaugt gerade. Du bist wirklich so energetisch so einen Tiefpunkt erreicht, wo du merkst, es geht irgendwie gar nichts mehr. Ich muss mich jeden Tag irgendwie zwingen, noch irgendwas zu erledigen, weil ich gar keine Energie mehr habe. Und gleichzeitig kann auch sein, dass deine Gesundheit schon gefährdet ist. Dass du schon körperliche Symptome hast. Ich bin auch da so ein Typ. Mein Körper schreit mich sofort an, wenn so eine Situation bei mir ist. Da habe ich sofort Zimperlein von oben bis unten. Und ich bin meinem Körper unfassbar dankbar, weil ich das oft nicht ignorieren kann. Wenn mein Körper da nicht so wäre, würde ich es wahrscheinlich ignorieren oft und würde noch diesen Weg noch ein Stück weiter gehen, als ich hin zu uns gehe. Und hier darfst du einfach wieder in eine friedvollere Energie auch kommen. Und sie sagen auch dieses Gefühl von, dein Leben ist ein Kampf. Jeder Tag ist ein Kampf. Das darf jetzt wirklich gehen. Du darfst zu deinem Balance kommen, in den Frieden kommen, in den Ausgleich. Und du darfst dich wieder zurücklehnen und schauen, was du noch willst in deinem Leben. Was deine Ziele sind, wozu du noch aufbrechen möchtest. Und hier, vielleicht sind auch hier an der einen oder anderen Stelle, weil ich es gerade sehe, Entscheidungen von dir gefordert. Entscheidungen, das kann ja auch in Zusammenarbeit mit dieser Unterstützung sein, dass du sagst, ich hole mir jetzt Unterstützung. Hatten wir im letzten, ich glaube, das Neumund-Arakel war das, da ging es auch um das Thema Unterstützung. Vielleicht hattest du ja dort auch schon diesen Stapel, wo es darum geht, sich einfach Hilfe zu holen. Einfach zu sagen, hey, das geht hier so nicht weiter. Auch wenn ich es zeitlich irgendwie noch unter einen Hut kriege und ich immer noch nicht was, was ich am Boden lege, darf man vorher auch schon um Hilfe bitten und sagen, hey, ich brauche jetzt hier einfach Unterstützung. Und das wird einfach dich in eine totale, leichte und friedvolle Energie einfach wieder bringen. Und dir auch das Gefühl wiedergeben von Gemeinschaft, dass Menschen auch für dich da sind. Vielleicht ist das auch eine Kindheitswunde, die du hier heilen darfst, weil wir ja auch ein Koala-Baby haben. Da bin ich ein bisschen beim inneren Kind. Vielleicht hattest du als Kind schon dieses Gefühl von, ich muss immer alles alleine machen, mir hilft keiner. Und das kann sich dann natürlich durchziehen. Dann müssen wir dieses Thema natürlich auch im Anteil des inneren Kindes anschauen und nicht nur im Erwachsenenanteil. Aber das darf jetzt in Heilung gehen und der Frieden darf wieder Einkehr halten in deinem Leben im Nächsten. Das ist eine total friedvolle Energie bei dir. Ich sehe nur weiß, 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 weiß und lauter Tauben. Also hier, weiße Tauben. Nicht die Straßentauben, die hier, die Weißen, die Friedenstauben. Ja, wow, sehr schön, sehr, sehr schön. Und vielleicht kommt dir auch ein neuer Freund in deinem Leben, der dich hier unterstützt, wo du merkst, hey, es ist schon cooler, wenn man die Sachen zu zweit macht. Sehr, sehr schön. Meine Lieben, ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne ein Däumchen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.